Na, das ist wahr. Diese freche Person. Was glaubt sie denn? Leute einsperren lassen, wie es ihr passt. Ja, recht haben sie. Der werden wir's zeigen. Tausend Dank. Na, den Girardi will ich nimmer sehen. Der soll mir nicht vor die Augen. Aber ich will mein Möglichstes tun. Hallo, Girardi? Ich beschwöre dich, häng jetzt nicht auf. Es ist Gefahr. Du musst unbemerkt entkommen. Verstehst du? Ja, ich weiß schon. Vom Fenster übersehe ich ja die ganze Nibelungengassen. Polizei und ein Wagen warten auf mich, wie wenn man einen Verbrecher einbringt. Also, Ihren Haus. Na ja, du hast leicht reden. Das Haus hat ja nur einen einzigen Ausgang. Wie soll ich da entkommen? Der Modesalon Madeleine im ersten Stock. Die Ateliers sind im Nebenhaus, aber sie sind mit dem Salon verbunden. So kannst du über die andere Stiege hinuntergehen. Eine fabelhafte Idee. Der Sherlock Holmes kann sich vor dir verstecken. Aber die Spitzel unten, die erkennen mich doch gleich. Na ja, so mach halt Maske. Wird dir nicht schwerfallen. Jesus, ich hab ja meine Perücke hier und den langen weißen Bord schon für mein Grazer Gastspiel eingepackt. Vielleicht gelingt es mir noch zu entkommen. Ein Brief nach Paris an Madame Paul Clemenceau. Wien 1892. Der Anschlag gegen Schiradi ist der Odilon Misslungen. Er konnte sich verkleidet zu Kathi Schratt retten. Die ist heute die einzige in Wien, die eine Aktion des Polizeipräsidenten verhindern kann. Rosal, meine Nichte, die trotz ihres jugendlichen Alters Gesellschafterin bei der Schratt ist, hat mir genau geschildert, wie diese Tragödie sich in eine Komödie gewandelt hat. So vermag ich dir authentisch Nachrichten zu geben. Es läutet am Gartentor der Villa Schratt in Hitzing.